Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen die Text-to-Speech-Software, die ich entwickelt habe mit einer Hilfe von anderen Developed- oder Entwicklungsteams. Und diese Text-to-Speech-Software ist ein Brücke zwischen den Multi-Cloud-Providers. Oder ja, hier wir konnten sehen, dass ich bin die Brücke, ich bin Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud Platform und IBM. Und hier konntest du gerade alle die Infos für die Text-to-Speech-Software. Und du kannst langsam lesen in einer Seite. Und hier in der Stimmenzeit habe ich alle die Sprache und natürlich in diesem Video zeige ich euch die deutsche Sprache. Wenn mein Deutsch nicht sehr gut ist, dann habe ich auch mein englisches Video. Und hier konnten wir einfach hören. Ganz ehrlich, die Microsoft Azure sind, ich denke, die Beste. Ich bin nicht sehr oder in Deutsch richtig spreche oder ich höre, aber ich denke, diese sind gut. Erstmals hören wir auf die Österreich. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Und ja, ich empfehle am besten die Neural-Stimme. Dies ist die KI, Kunstliche Intelligenz verwenden. Und hören wir, oder sehen wir hier in die deutsche Pfanne oder die deutsche Land. Hier haben wir mehr Optionen. Wir haben hier die Amazon Web Services, Google Cloud. Und hier in der Google Cloud haben wir auch die Neural-Stimmen. Hören wir einmal. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Aber ich denke, die sind ein bisschen mehr robotisch. Jetzt IBM. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Ja, IBM. Aber wir haben hier in meiner App die Möglichkeit, zu wählen. Hören anders. Wenn du nicht möchtest, diese Stimme, haben wir hier auch die Möglichkeit, die Asure-Stimme zu wählen. Hören wir auch hier die Neural. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Und auch haben hier, ich denke, das ist eine sehr gute Sache oder der reine Vorteil von diesem App. Wir haben auch hier die männliche Stimme. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Und hören wir auch die Deutsche von der Schweiz. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Ganz ehrlich, ich sage, mein Deutsch ist nicht gut. Aber ich denke, dieses Lenni von der Schweiz-Akzent, ich denke, es ist ein bisschen mehr als eine von der Schweiz. Aber ihr seid die Experten, ihr seid die deutsche Sprecher. Und ja, natürlich, ihr meint. Es ist am besten, was ihr meint. Und ja, wenn ihr braucht, andere Sprachen, wir haben auch hier die Möglichkeit zum Englisch, Deutsch oder Niederlandisch. Auch wir haben die Spanisch-Sprache. Und ich sage, hier in der anderen Seite, ich habe hier oben die Login oder du kannst hier einfach registrieren und anmelden und hier deinen Daten geben. Und ich zeige euch hier, was ist die App. Wir haben hier die Text-to-Speech, einfach die App, die Software. Wir haben auch hier die Möglichkeit zu sprechen wählen. Ich habe hier auch Deutsch. Wenn hier gibt es Worte, die nichts übersetzen, richtig übersetzen sind, dann bitte einfach, du kannst ein E-Mail senden. Und hier, wir konnten die German-Stimme wählen. Die Deutsch und so wie haben hier die andere Möglichkeit. Oder zum Beispiel hier wählen wir hier diese Konrad-Stimme. Wenn du möchtest, anderen Akzent, du kannst hier die Geschwindigkeit, wie langsam oder der Stellplatz oder die unterbricht. Und wir konnten... Nun hören wir auf. Hallo, ich bin Konrad. Ich spreche Deutsch. Und wir sagen, ja, ich mag es oder ich möchte mehr schreiben. Ich wohne in Berlin. Und dann konnten wir einfach synthetisieren. Dieses wird 64 Charakters brauchen. Und jetzt synthetisieren wir. Und haben hier jetzt unseren Audio, den wir konnten hier sehen. Und dann können wir hier einfach herunterladen. Und dann hören wir auf. Hallo, ich bin Konrad. Ich spreche Deutsch. Ich wohne in Berlin. Und so können wir die unterschiedlichen Texte zu machen. Und wir haben hier alle die Stimme. Nochmal. Wir haben hier die Möglichkeit, zu allen zu hören. Das empfehle ich, am ersten zu hören. Und dann die anderen Texte zu schreiben und machen, synthetisieren. Hier in meinem Kontonstand, konnten wir hier die Prepaid Plans wählen. Ich habe hier die Prepaid Plans, bevor Taxes, und konnten wir hier die 100.000 oder 500.000 oder 1 Million Charakters zu kaufen. Ich habe hier 6 Dollars für die 1.000 Worte. Und konnten wir hier auch hier, was wir haben hier gekauft. Ich habe hier auch einen Referralsplan, wenn ihr mochten hier auch empfehlen. Ihr konnten auch die 20% von die verkauft. Von was ist verkauft? Es ist die Commission. 20% der Commission. Und hier die Kontostand, konnten wir sehen, die verfügbare Zeichen. Zum Beispiel in dieses Testkonto, ich habe 100.000, 10.000 Charakterszeichen. Und wie viel habe ich verwendet? Hier konnten wir sehen, die anderen Audios, die ich habe. Und hier habe ich mit der Text-to-Speech-Software, die ich entwickelt habe. Ja, natürlich, diese ist die 1.0.0-Version. Ich hoffe, dass es mit der Zeit ist verbessert. Und auch wenn ihr Kommentar oder etwas zu sagen über dieses Software, bitte schreibt mir einfach. Danke für hören und sehen.